Hau, hau, kum, kum, kulum. Also ich bin Steffi, ich arbeite im Chorverband Berlin als Projektleitung und bin die Ansprechpartnerin für die Chorjugend im Berliner Chorverband. Und ich wurde hier heute eingeladen und habe die Mitgliedsverbandssicht mitgebracht. Ich bin total begeistert, dass die deutsche Chorjugend sich mit medialer Pfade auf den Weg macht und die Chorszene und ihre Programme digitalisieren will. Ich glaube, alle Landesverbände und insbesondere auch wir können sehr davon profitieren. Ich bin wahnsinnig gespannt, was alles entstehen wird. Die deutsche Chorjugend ist für alle Landeschorjugenden ein absolutes Vorbild und dass dieses Projekt angegangen wird, spricht absolut dafür. Ich wünsche mir, dass wir Landesverbände und Landeschorjugenden mitgenommen werden, dass wir transparent Einsicht erhalten, was hier entwickelt wird in der Gruppe. Und dass wir am Ende von den Ergebnissen profitieren können. Und ich glaube, das wurde heute auf einen ganz tollen Weg gebracht. Homm, komm, 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 komm.